Hey, ho ihr lieben, servus und grüßt euch hier in meiner Speisemeisterei. Ich präsentiere euch hier unter anderem Let's Cooks von verschiedenen Gerichten, die mir gerade so in den Sinn kommen. Dann gibt es auch die Kitchen Basics. Dort zeige ich euch die Grundlagen der Gastronomie, Tipps, Tricks und Kniffe, die es so gibt für den alltäglichen Hausgebrauch. Mein kleiner Vlog, wie auch immer ihr das mögt, nennt sich Gedankenwelt eines Kochs. Hier, Gedankenwelt eines Kochs. Dort zeige ich random Dinge, die ich koche, ausprobiere, versuche oder einfach irgendwelche Food-Unfälle. Dann gibt es noch die Snacktime. Dort zeige ich euch Alternativen zu fettigen Chips und diesen super leckeren Erdwürsen. Ich weiß, das Zeug ist alles tierisch lecker und ich esse es selber viel zu gerne. Aber, aber ihr lieben Leute, ernährt euch gesund und darum zeige ich euch einfach was Gesundes. Zudem versuche ich jede Woche ein Let's Cooks mindestens hochzuladen, wenn es mir nicht klappen sollte, dann kommen halt nur alle zwei Wochen eins raus. Und ich versuche zudem noch unter der Woche die eben genannten Formate rauszubringen, wie Snacktime, Kitchen Basic oder Gedankenwelt eines Kochs. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Rumstöbern. Schaut euch mal die Videos an, wenn es euch gefällt, lasst überall einen Daumen da, abonniert gerne dort unten links oder hier irgendwo ist der Abo-Button. Und ja, wir sehen uns an unserem Können Sie raushauen. Bye! Entschuldigung, hätten Sie nicht irgendwas Vegetarisches? Entschuldigung, hätten Sie nicht irgendwas Vegetarisches? Entschuldigung, hätten Sie nicht was? Bis zum nächsten Mal.